torsen freunde viel schlein so ich würde gerne interessieren wie man scheiß lagerfeuer macht ohne witz noch normal bekommen steine ist voll ich habe das nicht macht es auch er lasst mir schmecken immer noch so wie ein loch und da sind die kisten hier voll tatsächlich auch nicht nur spawnt er alles fische dass man die fische essen kann kann man mit denen was machen was ist das hier einen helm von dem schönen helm nehmen ah hier ist die do ok meine freund ist auch da hey kann ich dir was anbieten vielleicht nicht die bleibt zu unserem haus tötet sie so müsste ich mal gerade kurz gucken du bist durstig dann trink doch selbst die mögen klauen sich die scheiße lasse ich doch mal dahin hängen hallo wir können aber noch eins machen was ist das hier ja ist schon wieder dunkel mein lieber schalte hey we live regen es regnet es auch gerade hey toll jetzt hat es auch gerade erst angefangen also jetzt nicht gerade gerade was ist das keine ahnung gewitter im kopf lalalalalalalalalalalalala ich fähre den wald ich fähre den wald boah junge was hast du für eine lampe was hat der type manchmal der hat manche probleme okay wir sind voll ich fähre den wald so 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 wie viel ist es fertig vor die kannybale hier die kannybale hier echt kannybale hey wie sind es ja auch andere kannybale Why not, ne? Das ist schon schon voll. Was macht der Typ? Hallo. Ist das Lee? Ich kann ein paar Stöcke holen. So, wir holen uns noch ein paar Stöcke. Dann, ich weiß nicht. Ah ja, ich habe auch, äh, Mutantenhaut. Damit kann man sich wieder, ähm, umhüllen. Als Rüstung. Jetzt gerade habe ich nur noch eine, weil die anderen weggeschlagen worden sind. So. Hey. Wie kann man da rein tun? Warum, die schlafen jetzt mal? Weil die trinken. Salbar. Und, ja. Boah, meine Augen. So. Ich habe noch ein paar Stöcke. Mal was auf dem Vorrat haben. Wie gesagt, ich mache manchmal mal offline, weil... Man sieht halt nicht so viel, ne? Aber schuld gerne mal. Hey. Was bist du denn? Kann man dich da irgendwie platzieren? Kann der hier einsch... Wow. Jetzt haben wir der Radius-Baba. Ja, du bist auch der... Clown. So. Ja, ich würde sagen... Ich muss sogar kurz offline gucken. Wie wird ein Feuer herstellt. Da ist die Frau wieder. Die ist immer hier, ne? Ich weiß nicht, wie wir... Wir mit dem Ding. Müssen ich mal gucken. Äh, wir sehen uns dann gleich. So. Da bin ich wieder. Wir nehmen uns ein paar. Ach, Stück oder so. Wir machen dann hier irgendwo... Ausrüsten. Ah. Ah. Das ist aber echt neu, ne? Was haben wir noch? Lecker, lecker. Aber so geht's auch, ne? Ja. Okay. 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 Lecker. Lecker. Ach, damit kann man's verstärken. Okay, okay, okay. Koked, Kopf. Lecker! Das war's. So. Wir können auch diese Totems herstellen, ne? Wie ging das denn immer? Wie ging das? So. Nein. Nee, ich kapier's nicht. Aber soll's. Schon ein bisschen komplizierter, als man denkt, ne? So, ich würde auch sagen. Ah, wir gehen wieder nach da. Ah, warte mal bevor. Trink ich noch mal. So. Kann man's auch verwinnen. So. Also, es ist so kompliziert manchmal. So. So. Und die Karte ist irgendwie sehr, sehr komisch gemacht. Mit dem Smartphone da. Und wir wollen eine Schaufel. Das Blöde ist. Das ist so komplizierter, das ist so komplizierter, das ist so komplizierter. Ich muss nämlich zu den Ausrufezeichen, ne? Aber. Relativ ist da geblieben. Okay. Oh mein Gott. Aua. Jetzt hab ich doch gegen den Baum und Kneipen weggeflogen. Hallo. Hallo. Was hab ich jetzt hier? Na bevor uns jemand kommt. Warum ist der denn nicht direkt? Speicher mal. Also wenn man länger drauf drückt dann ist er die. Ach das hab ich ja alles. Aber ich weiß auch nicht was das zu bedeuten hat. Oh. Ist wahrscheinlich irgendwo unten drunter. Wir waren hier letztes Mal. Und da ging nix. Wie viel sind denn das? Ist das hier Badesee oder was? Hallo. Hallo. Wer bin ich denn du für na? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat da ein paar Slaps drauf hey. Ach nö. Wo bin ich denn jetzt? Wer ist er denn? Die Idioten haben mich nicht abgetastet. Tag. Tag. Das ist ja viel alter. Junge. Einschlag. Tag. Nehm ich jetzt nur. Okay. Jetzt hab ich auch so da. Lord. Ja. Ich hab aber glaube ich auch Granaten. Ich werf die lieber. Ja. Im nächsten Mal. Das waren ja schon einige. Oh. Das ist ja alles da. So. Da bin ich wieder. Mal wieder mal am Badesee. Wie ist denn das? Oh. Shit. 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 Oh. wo seid ihr mit dem baum gefällt die scheiße wo ist denn das die war schau letzte manne was aber aus hier hier war ich letztes mal war noch keine die aber nicht immer dahin ist das nervig was ist das was war das für geräusch wer ist das denn anfühlen oder wer ist das na warte mal hier ist die piepst denn da ok geht nicht weh hey ist das eine falle nee hier ist doch nix was ist das was soll ich denn hier jetzt machen jetzt war es schon mein moped wieder piepsen gehen wir auf den sack ich fahr jetzt irgendwo hin ich verstehe aber nicht wir können hier natürlich auch mal noch okay okay ist k hier ich verstehe es nicht ich verstehe ich nicht so ich habe vorhin eine idee ich habe hier ein pack sachen die wir zeigen könnten warum ich nicht gleich hier raus denn wir gehen mal zum strand es gibt noch ein paar elemente die wir noch machen könnten ist klar story auch auch gut aber wenn man hier am strand weiter fährt war war man noch nicht hier sind wir eben lieber gefahren mal das wollte ich nicht das wollte ich nicht uh scheiße hier gerade hey die map ist echt scheiße keine ahnung am strand soll auf jeden fall viel krasses zeug legen deswegen ich gehe mal erstmal den strand ab ist auch übersichtlicher finde ich oh boah junge hey na ich bin weg geflogen wie in der kante die die markante so hey jetzt höre ich aber ganz anders an jetzt höre ich es besser an oh really ne shit shit ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch hallo Herr Baum hey 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 alter ja willkommen bei seven worlds wide hier sind die entsprechende oh nein ich komme nicht mehr weiter ich komme nicht mehr weiter mit dem kart aber da hinten sehe ich doch was was ist das so könnte echt selber soweit sein ich komme nicht mehr ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr die